Ja So, Digga, der kommt in meine Richtung Wie gesagt, ich bin im Ferris Enemy fragt, Alter, gibt XP Ja, wahrscheinlich getötet Was hab ich? Wahrscheinlich getötet Nö, hab ich nicht Doch, Fleska, was killt bei Manuel Digga, hab ich Auto-Aim an Ich hab 3 Schüsse abgegeben, der war instant tot Auf 121 Meter Das war aber wahr, aber nicht mit Absicht Der hat nur die Waffe getestet Mhm, hab nur die Waffe getestet Digga, das muss nicht klippen, Alter